Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations Teil 2 mit Claire, Moira und der kleinen Natalia, die wir jetzt gefunden haben und Lottie, Lottie, der Bär. Sie hat Angst vor der Lampe, guck mal. Okay, wir hören auf. Gut, ja, es hat eben wieder ganz schön gerumst und ich glaube, das lässt darauf hoffen, dass es bald wieder ganz fiese Gegner gibt. Und ja, ich sag mal hoffen, weil irgendwie stehen wir ja alle drauf, Gegner abzuballern hier, oder? Ich find's cool. Ich find's voll cool. So, warte mal, da ist doch bestimmt was unter den Bänken hier. Können wir nicht erzählen, dass da nichts versteckt ist. Ich glaub, hätte ich es jetzt auf normal, dann wäre es ein bisschen zahlreicher, dass es hier was gibt, oder? Weil irgendwie auf schwer jetzt ist gar nichts. Also, ganz selten mal liegt da was. Oh, guck mal, Kafka. Zwei von sechs. Sag mal, ich hab so viel verpasst wahrscheinlich. Die sind, denk ich mal, in den unmöglichsten Orten, hä? Oh nein. Oh no. Muss ich jetzt beiden runterhelfen? Wow. Was mit der kleinen? Nee, nee, nee. Wie wär's mit ducken? Alter. Au. Sehr gut, Moira. Ist der Tod, der lebt noch. Was ist denn mal sterben, du Clown? Bleib mich mal, glaub ich, lieber. Ich guck mich mal ein bisschen. Oh Gott. Der hat gar nichts mitgekriegt, die Pfeife. Was rum ist denn da? Meine Güte. Oh Gott, der kommt nach links, oder? Der weiß nicht, wo er hin will. Oh, lauf halt mal gegen die Wand, das ist cool. Kann ich denn eigentlich Stealth killen? Bei den anderen geht's ja. Moira, mach kein Licht, bitte. Wow. Alter. Abstechen. Was ist das denn für viel? Alter. Das ist anders. Ich kann es sehen. Alter. Wow. Die haben halt mal das Regal kaputt. Ist cool. Oh Gott, wie viel kommen da noch? Oh. Okay. Alter. Bitte nicht Moira töten. Oh Gott. Oh, was macht der denn? Der schießt. Scheiße. Der schießt scheiße. Oh ne. Jungs, oh Gott. Könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Danke. Ich muss mich mit eurem großen Problem befassen. Okay, okay, okay. Macht der mal Peng, bitte. Auf den Boden. Alter Schwede. Was ist das für ein Typ? Der Flammenarsch. Oh Gott. Oh Gott. Sprechflasche, komm. Fang. Ach, der Regal, da ist Muni drin, oder was? Oh, ich glaube, ich muss die Dinger irgendwie anschießen, oder? Wenn der die feuert. Oh, warte. Moira, kommst du bitte? Komm, auch mit den Männern zu spielen. Ich muss das gar nicht so kaputt machen. Alter Schwede. Alter Schweden. Ja, ja. Ist ein cooler Typ. Ist ein cooler Typ. Oh Gott. Vielleicht auf die Fackel? Oh Gott. Ne, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ich muss den anschießen, schätze ich mal. Okay. Ich muss hier weg. Oh, ne Köderflasche. Sehr geil. Und jetzt mal die Köderflasche. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir warten. Wir warten. Schon explodiert? Ne. Die macht jetzt als Peng. Ne, ist die schon. Alter. Ich muss jetzt wieder angerannt. Oh, schrot. Geil. Ne, bin ich nicht. Ich brenne. Oh, 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 oh. Oh nein. Ich bin tot. Krass. Krass. Alter Schwede. Der hat's echt drauf. Der Dicke. Ach gut, wir fangen hier an. Das ist ja nicht so wild. Mhm. Der ist schon heftig, ne? Oh, die Kafka-Zeichnung haben wir auch. Und dann geht das runter. Kann man das? Tatsächlich. Man kann's absprechen. Äh, absp- Abbrechen. Oh Gott. Oh Gott. Wir können's ja absprechen, ne? Oh nein. Du kommst jetzt nicht her, Kumpel, ne? Nö, nö, nö. Okay. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Mit dem Messer geht es besser. Wenn man das Rückgrat durchtrennt. So gemein. Das wusste schon der Fokar. Mit dem Messer. Oh, Lulu. Oh, oh wow. Oh, wow. Jawohl. Den haben wir noch. Ja, ich hab's gebrüllt. Da kann man draufklettern. Alter, Penner-Gesicht. Muss ich mal heilen vielleicht so ein bisschen, ne? Kann ich, dann kann ich ja auch hier rauf. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Warum sagt mir das keiner, bitte? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, mach Peng. Jawohl, ich glaub, der hat den Einfall erwischt. Ja. Hat er wohl. Okay. Muss mal ein bisschen Fersengeld jetzt, ne? Warte mal. Könnte ich den Dicken irgendwie in der Flasche bewerfen? Sodass das kaum Sinn macht. Er hält voll viel aus, glaub ich. Wir sind hinter den Regalen. Oh Gott, der schießt die halt mit einem Schuss weg, ne? Okay, Moira, du solltest nicht durchs Feuer. Das ist dir hoffentlich bewusst. Guck mal, die rennen da jetzt rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, die brennen. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Die klappen mal ein bisschen, ja? Oh, da ist wieder so ein Explosiv-Fuzzi. Musst du die irgendwie da reinlocken in die anderen Gegner? Das ist voll gut. Das ist voll gut. Oh Gott. Kann er vielleicht auch einfach stehen bleiben? Das wäre ganz nett. Nein, ich sterbe schon nicht. Oh, wenn ich mein Spray noch rechtzeitig nutzen kann, nicht. Okay. Wo ist denn der Explosiv-Arsch? Ist er schon da drin gelaufen? Oh Gott. Und er schießt. Schießt schon wieder. Oh nein. Ha, ha. Jawohl. Mach die alle platt, komm. Oh, die könnte ich auch zerstören. Das ist ja nett. Oh, alter Schwede. Okay. Ach, du heiliger Kacke. Kacken Stift. Wie weit kann der schießen, bitte? Okay, ich laufe mal ein bisschen, ne? Da kommen ja immer mehr. Ah, ich dachte, die hören irgendwann auf vielleicht. Alter Schwede. Ich will nicht sterben. Ist uncool. Uah. Oh, was ist das? Die Peterflasche? Geil. Fangen die mal, bitte. Fangen die mal. Ist die gerade explodiert? Oh ja. Wie der Kerl hat nicht drauf geht. Alter Schwede. Arsch. Alter Schwede. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Okay, ich glaube, ich bin tot. Ne, ich lebe noch. Noch ein bisschen. Uh, lulu. Nein. Es hört nicht auf. Ihr lag da noch Muni. Genau. Alter Schwede, da kommt immer mehr, ne? Guck mal, es hört. Das ist, ich glaube, das ist unendlich mit den Gegnern. Hallo. Hallo. Och. Wie langsam sie sich halt schießt. Wie langsam sie sich schießt. Uh. Ja, ich werde da mal darauf, genau. Ist cool. Kann ich euch noch zum Myra wechseln? Macht das überhaupt Sinn? Vielleicht kann ich hier noch Dingern suchen, die leuchten. Wäre voll cool jetzt. Oh nein. Ich dachte, den kann ich damit ein bisschen aufhalten. Das war nix. Oh. Ja, wie cool, dass ich gleich sterben werde. Nein. Er schießt doch wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Da. Okay. Das Ding ist unkaputtbar, glaube ich, so langsam. Ja. Okay. Hast viel da Bock auf Schießen, ne? Oh, ich war noch hinter dem Regal, Mensch. Kannst du auch in deinem eigenen Feuer sterben? Das wäre voll lustig. Habe ich noch irgendwas? Okay, ich habe noch ein bisschen Pistolenmunition. Die können wir vielleicht kombinieren. Oh cool, wir haben noch eine Sprengflasche. Oh nein. Haha. Huh. Das bringt irgendwie nix gegen den. Oh, warte. Jetzt, 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 jetzt. Klar. Oh nein. Alter. Was eine üble Sau. Krass. Okay, komm, wir machen mal gleich nochmal. Übel. So. Ist echt krass, der Boss. Wie er mich jetzt getrampelt hat, einfach, ne? So. Das machen wir wieder so. Gleich in die Hocke gehen. In die Hocke gehen. In die Hocke gehen. Mach doch. Ach, bitte. Mach das doch mal. Was haben wir denn eigentlich alles noch? Nicht herkommen, bitte. Warte. Kombinieren. Gut. Gut, gut, gut. Mein Plan läuft soweit. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall erstmal Stealth killen. Und. Yes. Smashen. Oh, eine leere Flasche. Die kann ich dort nutzen, warte. Vielleicht noch ein Feuer mitmachen, ne? Ne, warte mal. Das gebe ich dir mal. Übergeben. Ach ne, dafür brauche ich ja Alkohol, ne? Ach man. Habe ich jetzt keinen Alk dabei. Aha. In den Kopf geschossen. Sag mal nicht so. Jetzt her, du Arschbär. Ja, mach nicht so faxen jetzt. Wie hat noch rumpzappelt? Der Vogel. Na komm. Die sind so wankelmütig. Was im Sinne. Ich treffe halt nicht. Bin so schlecht mit der Uzi. Komm her. Die sind aber auch dreckig. Die Waffe ist dreckig. Okay. Oh, da kommt er schon. Hi. Oh. Ja, dankeschön. Das sind, glaube ich, erst mal die ganzen Dinge hier kaputt machen, oder? Ja, finde ich voll gut. Oh. Nimm das bitte, Klärchen. Oh Gott. Moira wird schon wieder geflammt. Finde ich leider uncool, wenn du das machst. Alter Schwede. Ach, da kommt so ein Platzer. Warte mal. Würde ich jetzt vielleicht mal nutzen, den Arsch? Moira, nicht sterben, bitte. Ich verbiete dir das. Das haben wir nicht so besprochen. Warte mal. Nein. Och Mann. Jetzt war Moira zu dicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also, hi. Bist du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Okay. Eine explosive Flasche. Weg. Weg, weg, weg. Oh nö. Oh no. Alter. Oh Gott. Wie er mich halt wegrammen will, die Sau. Die dreckige. Mal weg davon, Moira. Ja, bitte. Die müssen mal näher zusammen alle hier. Oh ja. Ihr müsst alle zu diesem Explosivarsch. Der da. Guck mal hier. Schön. Bam. Oh. Ja, weil ich nicht weg konnte. Dankeschön. Ich blute sogar. Nein. Sehe ich so aus? Oh Gott. Och Mann. Kinder. Du bist doch kacke. Oh ho ho. Oh ho ho. Achso, ja. Hi, hi. Hallo. Brenne. Im Feuer der Rechtschaffen heute. Oh Gott. Wir müssen hier raus. Das hört nicht auf, Leute. Okay, komm. Köderflasche. Köderflasche. Holt sie euch. Ihr Arschkrapfen. Ja, ja. Hau auf die Trommel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, cool, dass du weiterschießt. Ich dachte, du schießt noch einmal, weil du die Kisten zerballerst. Blablabla. Lell. Lell. Stirb. Ja, gegen die Kisten. Ja. Kannst du nicht durch, ne? Helfen nicht. Oh. Steh, du Arsch. Oh Gott. Ja, hier kommst du nicht hin. Weißt du hoffentlich. Das weißt du hoffentlich. Das weißt du hoffentlich. Stirb doch mal. Okay. Ich geb nicht auf, du dicker Schweinebär. Ist er tot? Ich glaub, er ist tot. Oh nein. Es hört nicht auf. Kinder, was... Womit hab ich das verdient? Womit hab ich das verdient? Ist hier noch Money? Ja, da kann ich doch auch aufklettern, ne? Ja. Ich bin der Meinung, dass ich das nicht verdient habe. Nur mal so. Immer noch. Kannst du nicht mal sprinten? Och, Moira. Du machst wieder alles kaputt. Du machst wieder alles kaputt, Mädchen. Au. Okay. Au. Okay. Dann nehm ich halt wieder Claire. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen auf Abstand. Hallo. Kannst du jetzt mal Moira in Ruhe lassen, du Arsch? Ich glaube, wir arbeiten hier. Lass uns die Mädchen holen. Ey, was für'n Kampf, oder? Krass. Krass, krass. Drei Versuche. Naja, das ist cool. Oh. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Da ist bestimmt was versteckt hier, ne? Und ich kann während dem Kampf hier auch so gut danach gucken. Es ist sicher. Kannst du deinen Weg nach oben finden? Die ist ganz schön mutig. Guck mal. Ich würd mich da voll aufs Gesicht legen, wahrscheinlich. Machst du gut, Moira. Äh. Natalia. Aha. Ich kann durch das Hohle. Ja, das machen wir gleich, Süße. Ich muss erst mal gucken. Ich muss erst mal gucken, ob hier noch was liegt. Die Tante Moira muss noch alles ableuchten, ne? Ich fahr mich die ganze Zeit, wie alt ist denn Moira? So alt kann sie ja auch nicht sein. Hab ich ja schon mal vermutet. So 20 vielleicht. Mitte 20 allerhöchstens. Oh. Okay. Dann macht das mal Liebes. Mein lieb Kind. So, ich wollte eigentlich nur noch zum nächsten Speicher. Haben wir einen Speicherpunkt? Ist hier noch irgendwo was? Ich werde mit euch ziehen, geht's nicht weiter. Ist da oben ein Kafka-Bild? Ne. Ist eine gesprungene Scheibe. Ah. Ah. Verschienenpistole. Ich will diese Uzi nicht mehr haben, bitte. Die möchte ich gerne ablegen. Hab ich das eigentlich rein? Nö. Ne. So. Schrot. Hm. Okay. Ne. Ist hier nicht mehr. Da ist nichts mehr. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich beende den Part. Der ist lang genug, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe den Wecker, glaube ich, gar nicht gestellt. Oder? Ne. Habe ich nicht. Gut. Dann ist das jetzt nach Gefühl. Mal sehen, wie gut ich da liege. Auf jeden Fall würde ich mich freuen über ein bisschen Liebe. Also Likes und Kommentare schaltet auf jeden Fall auch wieder ein zu Resident Evil Revelations Teil 2.